Wenn das alles hier ist, wenn es hier leichter wäre, denn war es nie echt, wenn es hier leichter wäre, würde es nicht brennen, mit dir zu reden wäre nur halb so schwer, doch wir haben uns ja auch nie nur halb geliebt, weil es einfach keine halbe Liebe gibt. Und du erzählst, wen du hier kennst, und ich euphorisch von Fehmann, dann geht ein Blick auf deine Welt und ich sehe, du bist nicht alleine hier. Ich glaub, heute Nacht werde ich nicht schlafen können und noch ein bisschen drüber reden. Auch wenn es brennt, dich hier und da zu sehen, gehört es dazu wie du zu meinem Leben. Halt mal hier. Ponte zu weit. Na du. Da ist das interessant hier, ne? Entschuldigung. Ich bin einer, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017